So, jetzt erster Tag der Tour. Erstmal richtig nasse Füße. Ah, steht länger an, wir Franzosen. Wie das aussehen muss, wenn du das nicht kennst und dann fährst du an der Straße vorbei und dann sind da so Leute im Boden. Ach ja. Guck mal, da an der Seite ist nur so ein Schussweg. Hauptsache in den Steinen ist so ein Clown eingearbeitet. Das ist ganz wichtig. Meinst du, der heißt bestimmt Baggy? Baggy. Baggy. Baggy, Baggy, Baggy. Ach du Scheiße. Warum fährt man denn durch den Wasserfall? Was haben die sich denn damals schon wieder gedacht? Ja, wir bauen einen Strudel. Ja, wir bauen den Strudel mal so eng, dass der Wasserfall ins Boot geht. Was war das denn? Du bist komplett durchgegangen. Ja, ich weiß. Es kommt einfach gar nichts mehr an. Was war das denn? Das war so absolut typisch. Weißt du? Setz dich in Rafting, eigentlich passiert nichts und du bist dann der Vollidiot, der durch den Wasserfall durchfährt. Was ist das denn? Stark. 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 Na gut, eigentlich besteht das Ding ja nur aus dem Strudel. Der ist echt cool. Zackige Abfahrt. Was zur Hölle war das denn? Der war aber cool. Zackige Abfahrt. Was zur Hölle war das denn? Es ist auch nicht Denklar in der Brüder 2,000 Neues für Lambod SUV bringt einen Busch. Das war Angst! Das war Angst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017